Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter binden, Innovationskraft, Effizienz. Das alles wollen Unternehmen, wollen Führungskräfte, braucht man für ein erfolgreiches Wirtschaften, für einen erfolgreichen Job. Wie man das macht, das steht in vielen dicken Büchern. Die können Sie alle lesen, müssen Sie aber nicht. Viele Bücher habe ich selbst gelesen. Ein paar Jahre bin ich ja auch in der Wirtschaft unterwegs gewesen. Was mir da aufgefallen ist, das habe ich in einem kleinen Buch zusammengefasst. Eine Broschüre, vielleicht eher einfach eine Sammlung von Impulsen. Vielleicht passt eine davon gerade auf Ihre Situation. Vielleicht hilft etwas weiter, dann hat das Buch sein Ziel erreicht. Wenn aber andere Themen auf Ihrer Agenda stehen als Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter binden, Innovationskraft und Effizienz, dann ist vielleicht eines der folgenden Videos etwas für Sie. Ich freue mich, wenn Sie noch etwas bleiben. Ich freue mich, wenn Sie noch etwas bleiben.